Ich mache keine Fußball-Challenge, sondern so eine Art Einzeltraining und ich will euch auch mal zeigen, dass es auch alleine geht, dass wenn du alleine bist, dass du auch alleine trainieren kannst. Okay, ich habe jetzt hier ein paar Sachen, die könnt ihr euch aber ganz normal ersetzen, zum Beispiel die Hütchen, da braucht ihr eigentlich keine, habt es nur als Orientierung, da könnt ihr einfach rechts links springen, hier könnt ihr auch eigentlich ohne das Ding hier machen, aber ich habe es jetzt, deswegen benutze ich es auch und später zeige ich euch noch ein paar Sachen für einen guten 6er, für einen guten 10er, was meiner Meinung nach wichtig ist und wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen oder was weiß ich, schreibt es in die Kommentare. Das heißt, lasst ein Abo da, kommentiert, liked, let's go. Ganz entspanntes Kippings, aber schnelle. Da setzen wir kurz einen Sprint ein und dann müssen wir mit dem rechten Fuß starten, dann links springen, halten, rechts springen, halten und dann nochmal einen kurzen Sprint. Die Sprints sind wichtig, weil im Spiel sprintest du nicht die ganze Zeit, aber du hast kurze, schnelle Sprints, deswegen nehmen wir das auch. Let's go. Das machen wir ungefähr 5 Mal. Das machen wir ungefähr 5 Mal. Das machen wir ungefähr 5 Mal. Wenn ihr durch seid, schönen Atmen, gespannt euch. Und sehr wichtig, seht euch davor. Das machen wir ungefähr 5 Mal. 열, das ist stell dir zu machen, gell? Noch 1 Mal. ihr müsst die Übung nicht fünfmal hintereinander machen je nachdem wie fit ihr seid reicht auch dreimal aber dafür immer richtig und 100 prozent vorbei jetzt kommt die zweite jetzt kommen wir zur zweiten Übung das heißt wir laufen hier einmal ganz entspannt aber trotzdem mit Tempo von dort aus ziehen wir dann ab also ich versuche einen Druckpass zu spielen egal ob er daneben geht oder nicht also wichtig ist ja dass er schon reingeht aber es ist besser ich spiele einen Druckpass und der kommt nicht vielleicht geht nicht ins Tor aber dafür im Spiel ist es ein Druckpass ich kann auch ganz entspannt rein schieben aber so spielst du nicht im Spiel so und wenn ich Druckpass spiele und der ins Tor geht dann weiß ich okay das kann ich auch mal im Spiel machen übt das versucht einfach auch wenn ihr schießt bomb versucht erst hart platziert zu schießen statt auf entspannt weil im Spiel bombt ihr auch und wenn ihr es trainiert desto besser also nachdem ich dann hier das leere Tor getroffen habe sage ich mal das ist hier mein Gegner kurze Körpertäuschung und da das ja linke Ecke flach links links oben ist egal aber ich versuche halt erst mal flach links zu bomben und das ist mein Ding klar wenn ihr ein Torwart habt desto besser aber jetzt momentan habe ich gerade keinen deswegen machen wir es und so auf geht's Alter das ist jetzt dein letzter Durchgang ja von der Übung ja ja lass eine Challenge machen wenn du zwei von zwei trifft mach ich zehn die Gestütze wenn du verkackst machst du 20 okay aber die müssen auch sitzen also Druckpässe und Bomben bei dem Schuss ja keine Flachpässe okay los geht's hoffentlich verkackte ach du heilige Scheiße nach dem ersten Schuss habe ich gedacht scheiß drauf weil das bringt ja nichts aber ist falsch eigentlich muss ich den auch richtig ansetzen 20 gell ja eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf zwölf 13 14 15 16 17 18 19 20 die zweite Übung ist vorbei hey Jungs ich sage ich sag's euch das macht schon Bock auch wenn man alleine ist ist egal ist viel geiler dann sieht auch keiner die Fortschritte und dann kommst du mit hundert Prozent ich akzeptiere das nicht ich habe die 20 Liegestütze gemacht okay aber ich will das Ding und das Ding machen das heißt wenn ich jetzt mache ich 30 Liegestütze wenn du gewinnt also wenn du verlierst musst du nichts machen aber nur für mich so okay weil das war scheiße beziehungsweise das war nicht gut sorry ich bin hier auf YouTube war nicht gut let's go okay was denkst du du mach ich beide du machst das kleine Tor ein aber das große Tor was hast du gesagt ja tschümmel ist jetzt auch nicht so schwer das zu schaffen du musst sagen beide machst du rein Junge und der war gerade durch das ist jetzt die dritte und letzte Übung und ich habe ja vorhin gesagt es soll auch was mit dem Sechser mit dem Zehner auch mit dem Stürmer eigentlich alles aber jetzt Sechser und Zehner ist es eher dass man den Ball bekommt sich dreht beziehungsweise du musst schon während du den Ball kriegst dich mit drehen und direkt weiterleiten damit das Spiel schnell geht als 6 als Zehner hast du auch nicht so viel Zeit in der Mitte und dafür ist die Übung jetzt gedacht also ich spiele gegen die Wand mit dem Ball und Druckpass erst also ganz leicht eigentlich kommt er auch schon stark zurück und nehme ihn meistens wenn ich jetzt mit links spiele nehme ich ihn dann mit rechts so an und dreh und versuche dann da rein zu schießen das ist mein Mitspieler so mein Mitspieler und gucken wir mal wie das jetzt funktionieren wird was eigentlich mit dem Bockel da okay ja also nehmen wir mit weil sagen wir mal der Pass vom Mitspieler kommt nicht gescheit wie im Spiel dann stört es dann ist es egal da versuchst du schnell und schön und alles den Ball nach unten zu nehmen und weiter geht's einfach positiv bleiben auch wenn solche Sachen im Training sind wenn du Einzeltraining machst nimm die mit ist viel geiler wenn das mal gucken so okay okay entweder das kommt entweder der stört oder der stört nicht aber so oder so musst du den Ball am Ende schön annehmen und weiterleiten und dafür ist die Übung da let's go wichtig ist mach das schnell versucht schnell alles zu machen im Spiel geht's auch schnell auch wenn du jetzt nicht treffst egal probier 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 und dann klappt es irgendwann wenn du dann schnell und genau bist dann ist es das besser für einen Sechser da hast du auch gar keine Probleme und das sieht auch nice aus und du machst das Spiel schnell hier ist es eigentlich egal wie man spielt mit links oder mit rechts hauptsache du nimmst den Mann mit rechts so mit und spielst mit links wenn du ein Linksfuß bist oder du nimmst den Mann mit links und spielst mit rechts oder ihr könnt auch variieren da sieht man es bleibt das ist nicht so leicht jetzt heute habt ihr den Buckel gesehen das meinte ich das ist zu langweilig eigentlich weißt du dass du es auch 100% dass du den Pass 100% spielst deswegen einfach immer schnell 100% bei jeder Aufgabe die ihr macht oder Übung gibt 100% macht das skippen schnell die Bewegungen exklusiv nimmt schön an schnell weiter spielen so Jungs und eventuell Mädels ich weiß nicht wer da alles zuguckt jetzt machen wir das ganze mit rechts das heißt ich nehme mit links an und spiel mit rechts also rechts ist mein schwächerer Fuß aber ich glaube mit rechts kann ich sogar besser passen ich weiß nicht warum aber es ist so schreibt es in die Kommentare wenn es bei euch auch so ist man sieht die Presse kommen auch nicht gut an ich spiel die auch scheiße so ich spiel die nicht gut aber im spiel kann der Endverteidiger auch mal einen Pass weiter links oder weiter rechts spielen das meine ich der Ball kommt so wie er kommt versucht das beste draus zu machen so Leute das ist der letzte Ball das ist sehr warm mein kleiner Bruder will schwimmen gehen erstmal danke so also kurze letzte Sätze es macht echt Bock mal alleine zu trainieren mal gegen die Wand zu schießen annehmen das reicht eigentlich schon wenn du mit dem Schwachen bist spiel mit dem Schwachen öfters dann kommt auch dieser Druck irgendwann die Kraft schießt mit dem Schwachen aber wie gesagt es muss 100% sein es bringt nichts wenn du jetzt okay du kannst am Anfang ganz langsam damit du die Genauigkeit hast aber du musst irgendwann auch die Stärke haben das ist wichtig so Leute ich hoffe euch hat es gefallen das Video abonniert liked lasst bis hin wieder tschau